Das erste Training heute ist vorbei. Wärme morgen Krafttraining und viel Individualtraining. Kleine und große aufgeteilt. Wir machen momentan eine Menge Individualtraining, eine Menge Einzeltraining. Eine Menge Krafttraining. Sehr, sehr viel Krafttraining sogar. Ich glaube, wir werden mit die athletischste Mannschaft sein nächstes Jahr, wenn es weiter so geht. Ich will jetzt gerade mir was zu essen holen und zum Friseur gehen, weil morgen Fotoshooting ist. Um ein bisschen nochmal hier, ein bisschen nochmal schön zu machen alles. Für morgen Fotoshooting, damit ihr alle schöne Autogrammkarten bekommt. Und hol mir was Leckeres zu essen bei Dacimino. Ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt. Das ist eine Adelbertstraße, einer der besten Italiener meiner Meinung nach in ganz Frankfurt. Sehr günstig und sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, danach gehe ich nach Hause, Mittagsschlaf. Und dann ist heute Abend wieder Training um 19 Uhr. Dann melde ich mich nun mal zu Wort. Bis dann, ciao, ciao. So, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich lecker gegessen bei Dacimino. War beim Friseur, wie man vielleicht sehen kann. Auch wenn nur minimal. Hab meinen Mittagsschlaf gerade fertig gemacht. Bin jetzt aufgewacht. Bin auch ein bisschen müde. Ich werde jetzt gleich zum Training gehen. Davor trinke ich wie immer meinen Kaffee. Der brodelt da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier hinten, ja. Da sieht man ein bisschen die Kaffeetasse am Boden. Nicht die Kaffeetasse, die Kaffeekanne. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Kaffee. Deswegen, ich trinke sehr, sehr viel Kaffee. Morgens und mittags immer. Meistens vorm Training. Ja, deswegen. Ich bin gleich auf dem Weg zum Training. Und freue mich natürlich riesig drauf. Und werde nach dem Training, glaube ich, mal einen von den jungen, neuen Spielern, die wir haben, zum Interviewpartner machen. Und ein paar lustige Fragen stellen. Ja, ansonsten sehen wir uns nach dem Training. Bis dann, ciao, ciao. So, fertig mit dem zweiten Training heute. Wir sitzen jetzt gerade hier in der Kabine. Joe ist noch da, Richter, ich. Den, den ihr am Brüllen hört, ist Mike Morrison. Ja, Training war erfolgreich wie immer. Fleißig wie immer. Sind gerankt am Ende. Viel 1 gegen 1, 4 gegen 2 gegen 2, 3 gegen 3, viel individual, wie ich schon alles gesagt habe. Mike ist hier noch am Singen. Keiner versteht wirklich, was er singt. Er singt beim Duschen gerne. Morgen haben wir erfahren, haben wir morgen früh um 10.30 Uhr einen kleinen Lauf. Ansonsten glaube ich, morgen haben, ja, ist glaube ich außer dem Lauf, haben wir Videoshoots, nee, Fotoshoots, wo ich auf jeden Fall auch noch mal die Kamera mitnehmen werde. Könnt ihr mal sehen, wie so ein Fotoshooting abläuft. Ist alles aufgeteilt bei uns. Jeder hat zu einer verschiedenen Zeit, zu einer anderen Zeit. Und über den ganzen Tag halt. Und ja, wie gesagt, dann werden wir morgen, morgen halte ich euch auf dem Lauf nehmen. Mike, du hast etwas zu sagen, die Konzi Cam zu sagen? Das ist sexy, das ist verrückt. Das ist nicht legal, zu stellen auf diese Kamera zu schauen, wie das, das ist. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18. Just call me 18-Pack, ich habe die 18-Pack. 18-Pack. Wie war dein Sommer, Mike? Das Sommer war großartig, mit der Familie, mit meinem kleinen Homen, mit den Freunden, mit der Basketball, viel Spaß, viel Sommer, viel Beobachter. Das ist gut, man. 18-Pack ist der neue Name. Ah, genau. Bye, bye, Mike. Wieder, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Abend. Wunderschönen, schönen Abend. Nee, guten Abend. Was auch immer. Tschüss.